ha ich habe eine ganze Handfläche auf der Tastatur weil ich so behindert bin was hast du gerade gesagt quasi bei meinen Mini Händen hat er gesagt weil er sich so witzig fühlt wenn er das sagt das habe ich das erste Mal gesagt nein du hast schon voll oft gesagt dass ich wenig Mini Hände oder Mini Füße hast du auch schon mal gesagt nein weil er weiß wie groß seine Scheiß Füße sind ja wenn ich bei ihm bin dass ich doch die Schuhe aus er möchte sofort die Schuhe mehr aber man erkennt das schon so ein bisschen ich kann es mir was denkst du denn war es ist seine Füße mit einem Maßstab ausmessen auf jeden nacht wenn er steht bei Deichmann oder schlussender bei Deichmann Schuhmesser geklaut damit mäßig jeden der irgendwann mal bei mir war die Füße ja kann man aber auch so kaufen ja aber wie soll es man das machen Heizmann sich da auch klauen kann wow ich kann da auch einen Groen Diamanten klauen nein Katze nicht Katze nicht ich sag nicht glaub mir da wirst du nicht schaffen das ist ziemlich unwahrscheinlich ich weiß ich weiß ich werde die die teuersten Diamanten der Welt klauen du weißt noch mal wo der Zweitpolizei du weißt noch was ihr wollt meinen Schatz den könnt ihr haben sucht die doch das macht er noch von Peace richtig schlecht aber auch boah ist das schlecht ich bin durch ja ich hab's geschafft oh Gott sei Dank trotzdem schlecht weg mich nein elektrisches Gefühl boah seid ihr schlecht nein René du kannst nicht sagen dass wir schlecht sind erst mal weil du schon mehr Webs aufgegeben hast also wenn du äh challenge ist wenn du es ist dann bist nein ich will das nochmal klarstellen wenn du irgendwann nochmal sagst sind schlecht dann denk an die ganzen Schilder wo deine Namen draufstehen wir können sagen dass du schlecht bist oh ja und ich kann sagen dass passiv schlecht ist aber René du kannst nicht sagen dass wir schlecht ist wow trotzdem bin ich besser hast du schon den Checkpoint geöffnet nehm mach ich sofort ich mach mal Tag ach du hast ja noch nicht geöffnet dann musst du dann zieht das nicht dann muss die Challenge nochmal neu machen nein doch nein doch das ist immer so sonst hast du keinen Beweis dass du es geschafft hast ja René nochmal machen du hast den Checkpoint geschafft ich hab's gemacht ja beweise es ist der Checkpoint offen Pasi ist der Checkpoint offen nein ja dann hast du leider keiner weiß jeder macht den Checkpoint auf ach ne geht der nicht dass ihn dann nein hast du es ja nicht geschafft ja du bist nicht regulär da hingegangen doch leck mich ich hab's geschafft bloß weil du es doch nicht geschafft hast nein ja klar nein ja klar bloß weil ich es geschafft habe nein mein Gott jetzt mach ich einmal eine Challenge vor euch fertig und ihr rastet aus du hast es doch aus bei unseren Witzen ist dann witzig wenn man sagt ja man muss von vorne machen ja das ist witzig weil du jetzt so lange gebraucht hast dafür krieg ich noch mal nein ja ist so du hast ganz ehrlich gesagt leck mich oh scheiße ja nicht hier weiter trainieren René ne ich trainiere auch nicht weiter da steht dieser hartes hardness auf dieses Level was never never a lot a lot super und was sagst du uns damit jetzt hä? und was willst du uns damit jetzt sagen? das ist ein scheiß schweres Level sagt er ja sagt er hat er auch bei dem einen gesagt schon der erste Sprung ist der Bullshit wo man übertrieben abk- ja nicht ausprobieren René ne mach ich auch nicht ja dann komm hierhin nein nicht gucken hierhin komm ich freue mich schon noch auf dass René die ganze noch mal machen muss oh Pasi der Witz ist langsam alt hat sich ausgelutscht nein alt oh Pasi nein sauber oh Gott René was denn? kannst du mal aus dem Ritzen da verziehen wieso? ich darf da wohl zuschauen ja aber das stört uns vorhin als ich den Einsprung gemacht hast ne bist du genau durch mich durch nein nein wir nicht nicht kann ich doch ich bin hier oben vorhin vorhin und mein Gott vorhin ja und da wäre ich bei einer runter gefallen ja und dann wären wir jetzt noch nicht so weit ganz genau jetzt fühlt sich schuldig ne nein ja ja sagt er ich verkomme einen zweiten Mann das ist übel so jetzt aber und alle hab ja man und da hab ich jetzt aber übelst verkackt ja warte ich geh zurück Pasi Mann ja und jetzt ich bin ich gut drauf boah schade schade wieso kriegt man das schon damage weil drei Felder hoch ist Mast Mast Scheiß und dort ist die Challenge groß ist okay jetzt aber und sag wir haben gerade bei den Anfang der Challenge fertig ne du meinst das blauen das ist dazu ließ ja der Anfang hat er gerade mal fertig das ist doch gut dann dauert er nicht mehr so lange bis zum Ende noch das dauert noch sehr lange ja wenn wir schon ja wenn wir schon den Anfang fertig haben dort sind nicht mehr so lange ja ja jetzt bin ich gut drauf und das Diamantenteil ist egal das hier und Fail Entschuldigung leck mich Fasi leck mich du Mardi ich dachte ich kann dich nicht mehr treffen hast du ihn geschlagen ja was ne Ansehne wo hat er dich geschlagen am Anfang hier hier hat er hier hat er mich geschlagen hier hat er mich geschlagen nein hier ich hab mich grad ich hab mich grad mental vorbereitet und dann Paff der Brutale ich hab ihn sogar hier erst geschlagen bei dir ja halt's Maul hey hey das hab ich jetzt gesehen so war das wohin auch und dann ist er so komisch geflogen haha boah ich schaff das gleich ich siehst du hey aber cool dass wir alles zeigt zu funktionieren Leopardet klappt wieder das klappt wieder das hätte wahrscheinlich auch schon viel eher geklappt hättest du es richtig gemacht es soll Lappen geh anschaffen Mann jetzt schaff ich nochmal zum ersten Sprung ja das hatte ich vorhin auch ja man und den schaff ich natürlich nicht ey ich schaff diesen zweiten nicht ich find den voll kacke ey Pasi die anderen gehen ja noch aber also ja hast du morgen Zeit Wofür Pokémon ach da war alleine oh Gott ja schon fahren wir zu zweit sehen dann mach ich halt allein der findet nur nicht die Motivation alleine oh Pasi doch ich hab Pakt was machst du morgen auch so als ich das jetzt schaffe ja klar so ich warte jetzt an dieser Ecke hier weil dann ist jemand wieder weit genug ha 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 alter hab ich mich jetzt erschrocken ja 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 ok der Sprung ist aber der hat sauber schade ich gucke immer nach oben bei solchen Springen oh Minecraft Melody e nervt gar nicht warum guckst du immer nach oben weil das kann weil ich das irgendwie cool finde Gott Gott sehr ja 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 der ist nicht schwer der musste ein nur ein einer Sprung eigentlich ich glaube nein ich glaube ich er ist so er ist ein weiter weg und ein hoch ein Hörmann nicht da hilft keiner da kann es nicht sein dass es leichter mit einem zweier ist das geht nicht das ist ein block entfernt und einzeln höher das ist beweis genug kann sie auf minecraft.de oder punkt.net gehen und gucken wie das ist wie jemand springt ernsthaft Pazzi Pazzi hat gescheatet nein Pazzi wer wieder runter naja der hat einen glasblock hier hingesetzt und ist da drauf gesprungen anstatt den Sprung ja aber du hast den als Hilfe genutzt um dich sicherer zu fühlen das ist Doping ja das ist Doping für die Haare nein das ist kein Doping für die Haare oh als er das ist das ist die Gegenstände ich weiß ich hatte die ich hatte elf Äpfel und ungefähr zehn Schallplatten Alter wie übelst Doping für die Haare Junge jetzt aber ja mann hey Pazzi ich springe jetzt gleich wieder runter was hat er gemacht Alter René wie viele Sachen hattest du Alter du Hose geh dir Hosen anziehen ey oh wie du Assiga er sagt er hättest du eh die geschafft hätte er auch nicht weil dann klar Bock nur wie viel hattest du'n ich hab doch keinen Einzelsprung versucht Alter was bist du'n für Arsch jetzt sind meine Diamanten weg ja meine auch ja okay ich will meine ich aber in dieser in dieser Seite in dieser erlaubstet sich je noch keine der Mann ein paar sie was bist du und für Arsch wie so schlägst du den da einfach runter der hat nichts bei dir getan und du schlägst sie hat er drunter damit hab ich ihn vorhin hochgeschlagen oh angeblich ja hat's voll gebracht den hätt ich auch so geschafft den hätt ich auch so geschafft hat's ja auch gerade total gebracht ne hat richtig ja Florian hat einmal funktioniert ja Florian hat auch richtig drum gebettelt ne bitte schlag nicht pass ja hat er ja auch nein hab ich nicht Gott Gott eh Krassi Heizmann was total arschig einfach von dir ey wusstest ihr das äh blut aus der Nase braun wird na es ist mir doch egal aua hey ja weil du mich auch geschlagen hast aber nicht bei dem Sprung und wieso bist du ja ich würde die Augen schon vorher schlagen leck mich jetzt lass ihn doch einfach ey auch geschlagen du hast mich davor schon ganze Zeit geschlagen nicht die Ecke mein Tio und sagst du Rene ja was ich hab ihn nicht geschlagen du hast ich hab dich von einmal geschlagen dann hast du mich 27 mal oder so geschlagen dann hast du einfach wieder angefangen nicht zu schlagen wieder übertrag aber es ist da wurde die Presse gehalten hat man ist das sei einfach immer wieder angefangen zu schlagen es gibt welche auch wenn ich glaube es nicht hätte mich auch geschlagen ja auch nicht das Worte in der Ecke hat er sich mit der Bia Schwert geschlagen ja ja deswegen habe ich auch nur ein Herz verloren immer du hast ja die Arrüstung an die Vogel ich hatte keine mehr an kann man ja jetzt nicht mehr machen als die Unierer ich war schon ach warte es ist ein bisschen mehr als unsichtbar waren hattest du nicht scheiß die Arrüstung an der jahr hat er und los Arbor hat hattest du mich geschlagen nene wird doch mit in der Schwestern ich dich sogar mal gekillt ja da das weiß ich doch aber ich meine als wir unsichtbar waren das weiß ich ich merke mir das du hattest mich nur geschlagen als ich noch nicht die die Arrüstung hatte das weiß ich man ich hatte es wohl nicht ist schlecht es ist böse ach danke René was können ich weiß ich werde ich weiß was bringt und auf einmal kommt er da vor mich ja klar Partei ich war hier die doch einfach mal vor der Stelle ist runter ich war hier Junge und du wachst da ich war da ja ich hab dich voll gebraucht nein oh ich war drauf ja natürlich weil man da doch dann nicht mehr sieht wenn da einer Frau einstellt